Kommen wir nun zu den HTML-Standards, insbesondere zu den X-HTML-Standards. X stand ursprünglich für Extensible, also erweiterbares HTML, und erlaubte in eigenen Document-Type-Definition-Dokumenten zusätzliche HTML-Elemente oder Attribute zu definieren. Heute steht es für XML, also für Extensible Markup Language, das aus heutiger Sicht bessere Markup, weil wohl strukturiert. Es erwartet die Einhaltung von klaren Vorgaben, wie beispielsweise alle Elemente und Attributnamen sind klein zu schreiben. Und ein öffnendes Tag hat ein schließendes Tag oder eine Kurzschreibweise, wenn es leer ist. All das war wichtig, nicht nur um hierarchische Strukturen bei der Datenübertragung eindeutig zu vermitteln, sondern, dass der daraus aufgebaute Document-Object-Model-DOM-Baum immer gleich aussieht. Egal, wer ihn aufbaut. Ein HTML-User-Agent, sprich ein Browser, oder ein elaboriertes XML-Tool, Was weitere Auswertung darüber fährt. Ausgangsbasis für das Rendering einer Webseite in einem Browser oder in der Verarbeitung mit einem XML-Tool, ist der Document-Object-Model-DOM-Baum, was wir hier rechts in etwa sehen. Eine Baumartige Struktur, beispielhaft wie eine HTML-Datei. Wir haben als, ja, was haben wir? Wir haben die Elternknoten-Window oder Document, also der sichtbare Bereich. Das sind eher unsichtbare Bereiche. Und das ist typisch an der Baumstruktur. Die Kinder haben alle immer dieselben Elternknoten. Wir werden uns das im Detail im Firefox einmal anschauen. Aber erst möchte ich auf die drei derzeit existierenden Standards eingehen. Bis zum heutigen, der noch keiner ist, HTML5. Wir haben aus den 90er kommend die HTML-Standards bis zur Vierer-Version gebracht. HTML 4.01 ist die Empfehlung des W3C seit zwölf Jahren. Oder noch länger, wenn ich das richtig sehe. Wenn Sie rein HTML verbleiben wollen, nicht XML. Ansonsten ist die Empfehlung XHTML 1.1. Verbreitet ist, wenn Sie XML-basiertes HTML anstreben, die 1.0-Version. Akademisch oder aus Sicht eines Informatikers gewollt ist Strict. Der Typus Strict, den Sie ja auch in der Hausarbeit zum Kapitel 6 berücksichtigen sollen. Warum Strict? Nun, man will keine Framesets. Die machen nur Ärger bei der Navigation. Mit Screenreadern bleibt man halt in dem Frame und kann nicht drüber. Oder beim Drucken oder Suchmaschinen haben ihre Probleme, den eigentlichen Inhalt an der Seite, wenn er in Frames aufgeteilt ist, zu ermitteln, zu indexieren. Oder es gibt Attribute oder Elemente, die Formatelemente darstellen. All das wollte man bereinigen. Das sind diese 77 Elemente in der Strict-Version. Und heute sind es diese drei Standards, mit denen wir zu tun haben. HTML5, der zweite Kursteil, hat HTML5 zentral zum Thema. HTML5 steht vor der Tür, ist nicht verabschiedet. Aber was Sie daran schon sehen, ist die Problematik. Es ist der Rückfall auf HTML. Also XHTML 1.1 war der Zenith der wohlstrukturierten HTML-Dokumente aus Sicht des V3C. Und heute sind wir wieder bei HTML angelangt, auch in der 5er-Version. Das heißt, es ist nicht mehr stringent erforderlich, dass Sie wohlstrukturiertes HTML schreiben. Das heißt, ob ein Tag tatsächlich schließt, ob Sie mal groß oder klein an Elementnamen, Attributnamen schreiben. Die Browser der heutigen Generation sind fehlertolerant. Sie sind die fehlertolerantesten Informatik-Systeme überhaupt. Sie akzeptieren alles. Sie werden versuchen, einen DOM-Baum aufzubauen und den dann korrekt zu rendern. Das verleitet natürlich zu Quick und Dirty-Webseiten. Und wenn das jetzt Zukunft haben sollte, HTML5, dann wäre das ein Rückschritt, ein Sündenfall des V3Cs. Warum denn nicht XHTML 5? Das weiß das Konsortium WWW auch und macht eine Empfehlung zum Polyglotten-Markup. Also Polyglot, vielsprachig. Es ist aber nur eine Empfehlung. Es wird nie ein Standard werden. Zumindest die Entwickler werden sensibilisiert. Ich weiß nicht, ob das jeder liest. Sie werden vielleicht darauf hingewiesen, doch für beide Welten die Webseiten auszuliefern. HTML-kompatibel und XHTML-kompatibel. Also ein XHTML-Dokument, das auch von einem älteren HTML-Browser lesbar ist. Und umgekehrt, HTML-gelieferte Seiten auch von XHTML-User-Agents gerendert werden oder weiterverarbeitet werden. Ziel ist, und das bringt uns dann gleich wieder auf den Dom, auf den Baum, ist, dass beide User-Agents, also HTML- und XML-Parser, letztendlich den, ich will nicht sagen denselben, dann wäre das identisch, den gleichen Dokumentenbaum aufspannen und dann ihn entsprechend verarbeiten. In der Regel rendern und grafisch zur Anzeige bringen. Dazu bedarf es bestimmter Einhaltung von Vorgaben. Das Dokument muss als MIME-Type einmal als Application-slash-XHTML plus XML ausgeliefert werden, damit es auch ein XML-User-Agent versteht. Und dann klassisch, bräuchte man gar nichts machen, Text-slash-HTML. Dann würde es ein uralt HTML-Browser verstehen. Schauen wir uns das im Detail einmal an. Was Sie hier sehen, ist die Beispielseite vom W3C in der entsprechenden Arbeitsgruppe. Alle Links finden Sie in der entsprechenden Unit auf einer Diversity-Plattform. Zu Polyglot-Markup. Das sieht alles unspektakulär aus. Ein paar Beispiele, Tabellen, SVG-Grafiken. Und Sie sehen, das Dokument ist in der Spezifikation HTML. Angeblich können wir dieses Dokument in der Darstellung Repräsentation, Sie erinnern sich, an REST, Repräsentational State Transfer Stil, auch in dieser Weise bekommen. Schauen wir uns das an. Und ja, die Spezifikation steht auf XHTML. Der Firefox versteht beides. Es gibt aber Browser in Versionsständen, die damit gar nichts anfangen können. Ziel von Polyglotten-Markup ist, stets zum selben oder, wenn es nicht so idealistisch ist, zum gleichen Dormbaum zu kommen. Dazu muss man ein und dasselbe Dokument unterschiedlich an den Browser übergeben. Schauen wir uns mal als erstes diese Seite in der Quelle an, damit wir auch den DOM nochmal sehen. Das ist ein Plugin des Firefox, um den Quelltext etwas strukturierter darzustellen. Wir sehen zum einen den Knoten HEAD und im Titel entsprechend dieses Textattribut. Wir haben einen Knoten META, den ich hier schon mal sofort wieder zugeschaltet habe. Und im Body haben wir natürlich ein bisschen mehr. Wir haben ein HTML5-Element sogar hier. Navigation umschließt diesen Paragrafen. Und da drin gibt es einen Anchor, ein bisschen Text, der ist ausgezeichnet als href, als Hyperlink. Und da gibt es noch einen zweiten. Und so sieht in etwa eine Baumstruktur aus. Header 1, Paragraph, Header 2. Wunderbar farblich auch gekennzeichnet. Also eine Empfehlung. Das wollten wir uns aber, hier kann ich es so im Detail anschauen, es geht mir hier um diese Auszeichnung. HTML ist groß geschrieben. Ist auf keinen Fall XML. Weil XML verlangt die Kleinschreibung der Elemente und Attributnamen. Wir haben dennoch, wie Sie hier sehen, XML-Auszeichnungen. Also XML, Sprachattribut für irgendein Englisch. Und eine Namespace-Vereinbarung für XML, was hier hinterlegt ist, in diesem Dokument vom B3C. Das ist schon eine Mischform. Schauen wir uns an der Stelle den Seitenquelltext des HTML-Dokuments an. So sehen wir, an der kleinen Stelle, HTML ist korrekt geschrieben. Klein. Wir haben ansonsten auch hier wieder die Namespaces. Und wir haben das Attribut für XML für die Sprache. Und wir haben überall, an allen Elementknoten, den Namespace für diesen Elementknoten. Ja, das Element nav, Navigation. Oder Header 1. Das ist alles nochmal spezifisch hinterlegt in dem entsprechenden XML-Dokument. So weit, so gut. Wenn wir uns dann noch anschauen, wie denn der Server, das W3C.org oder HMLWG.org, diese Seiten liefert. Mit welchem MIME-Type? Gehen wir also in den Firebug. Und betrachten diese Seite zum einen auch hier im DOM. Sieht auch sehr schön aus. Wir klappen das auf. Sie können dann den nächsten Knoten hier öffnen. Und so weiter. Jetzt wissen Sie, warum man von einer Baumstruktur spricht. Ja, und das ist sensibel. Also Sie sehen, hier wird das gleich wieder gehighlighted. Das hat noch keinen neuen Erkenntnisgewinn. Wir gehen mal in die Netzwerkanalyse. Wir rufen die Seite nochmal neu auf. Und Sie sehen die Get-Anfrage an den Server hier. HTML-WG.org. Und angefragt wurde. Moment. Anfrage Header. Und wir sind, wo gemerkt, in einem ganz klassischen HTML-Dokument. Deswegen sagt er hier, Text-Slash-HTML akzeptiere ich. Und komischerweise akzeptiert er auch XHTML. Ja, und gibt sich als Applikation dafür aus. Als Antwort, er hat diese Seite hier angefordert. Sie erinnern sich. Sehr schön. Dann bekommt er eine Darstellung des Dokuments unter der angegebenen URI von dieser Form. Sehen Sie das? Auch wenn es aus dem Cache ist. Also das ist geliefert. Text-Slash-HTML. Spezifisch für diesen User-Agent, den Firefox-Browser. Mit dem entsprechenden Character-Set. Da müssen wir jetzt nochmal den Nachweis führen, dass es im XHTML-Fall anders aussieht. Gehen wir wieder auch hier in den Firebug. Das ist weniger spektakulär. Aber überall, die Namespaces, haben wir ja schon in der anderen Darstellung gesehen. Der zeigt mir sie ja gar nicht an. Unterschiedliche Namespaces. Das war nur in dem Add-on formatierter Seitenquelltext zu sehen. Also auch wieder hier in die Netzwerkansicht. Ja, die Seite neu laden. Jetzt hat er die GET-Anfrage. Und Sie sehen, es ist XHTML, was wir hier anfordern. Gehen wir mal in die Analyse von dem Antwort- und dem Request-Header. Angefragt haben wir auch hier beides. Keine Änderung. Und geliefert hat er application. Slash XHTML plus XML. Ja, und hier war es im HTML-Dokument Text. Slash HTML. Polyglot. Ja, sag mir, welche Sprache du sprichst. Und ich gebe dir das Dokument in der entsprechenden Spezifikation, in der entsprechenden Auszeichnung. Und das hier im kommenden Surf. Und ich bin ja nur noch, Look. Und ich bin jaun. Das Ganze.